Yo, Bela, hast du den Track gehört? Nein? Gib dir den, hab ich doch gesagt. Zieh den rein. Ey, ich muss aufhören. Ja, wir hören uns. Ja, peace. Ihr wisst Bescheid? Halt die Fresse. AgroTV. Oli Banjo hier. Weltexklusiv zu spät. Gebt euch die November-Tour. Kopfdisco-Tour 2010. Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Star. Zwei Wochen kam ich gar nicht mehr klar. Du skippst mich weg, hörst mich nicht mehr und saugst mein Album von Rapid Chair. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm und er hat Geld. Du liest mich nicht mehr, weil ich hab nur Riesenskills und nicht wie er einen eigenen Kinofilm. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Rappers brechen. Dann bin ich ein Star, wenn der Juice drin steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Du warst auf seinem Konzert gewesen und hast sogar sein Buch gelesen. Ich hab doch viel, viel schönere Hits. Aber sowas interessiert dich nicht. Du skippst mich weg, hörst mich nicht mehr und saugst mein Album aus Slyme Wire. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Er wohnt im Haus und ich im Zelt. Ich frage mich, was hat er, was ich nicht hab? Was ist nur passiert mit deinem Musikgeschmack? Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Rappers brechen. Dann bin ich ein Star, wenn der Juice drin steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Rappers brechen. Dann bin ich ein Star, du willst auf mein Konzert. Die Security lässt dich nicht rein. Weil es ist zu spät. Zu spät. Zu spät. Weil dann ist es zu spät. 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 Weil dann ist es zu spät. So sieht das aus. Gibt euch auf jeden Fall diesen jungen Herren. UCP. Exklusiv. Kommt auf die Tour. AgroTV. Halt die Fresse. Sei mal leis. Sei doch ein bisschen ruhig. Ein bisschen chillen. Ihr wisst Bescheid. Peace.